Ein Bestseller, den Millionen kennen und der Millionen Begeisterte, kommt jetzt als Film mit der größten Star-Besetzung, die Universal Film je aufgeboten hat. Der Pilot von eurem Flug 45 wollte abkürzen und das ging daneben. Er blieb stecken. Und was habt ihr inzwischen gemacht? Der Schnee wird ja im April wieder schmelzen, dann kriegen wir sie raus. Was denkst du eigentlich von mir verdammt nochmal? Oscar-Preisträger George Seaton verfilmte diesen Roman, der in 14 Sprachen übersetzt wurde. Sieben Schicksale erfahren in wenigen Stunden eine entscheidende Wendung. Dean Martin als Flugkapitän Demarest. Er muss sich zwischen seiner Geliebten und seiner Frau entscheiden. Hervorragende Leistungen von Jacqueline Bisset und Barbara Hale. Bist du auch sicher? Meinst du, ob ich schwanger bin oder ob du der Vater bist? Burt Lancaster als Flughafenmanager, dessen Ehe an der Verständnislosigkeit seiner Frau zu scheitern droht. Diese Frau ist Dana Winter. Da wusste ich noch nicht, dass wir heute den schlimmsten Sturm haben würden seit sechs Jahren. Das ist wieder mal eine von deinen verdammten Ausreden. Tanja, dargestellt von Gene Seaburg, hat umso mehr Verständnis für ihn. Du wirst mir fehlen. Wirklich? Und trotzdem lässt du mich gehen? Helen Hayes ist eine reizende, nette alte Dame mit dem merkwürdigen Hobby, als blinder Passagier zu fliegen. Ja, was soll ich sonst machen? Ich kann mir kein Ticket leisten. Van Heflin als Guerrero, der das Leben aller in große Gefahr bringt. Auch seine Frau, Maureen Stapleton, kann ihn nicht beeinflussen. Hör auf zu träumen. Denk jetzt nur daran, dass sie dich nicht rauswerfen. Diesmal mach ich's richtig, verlass dich drauf. Es geht nicht wieder schief. George Kennedy als Patroni, ein Flugzeugmechaniker mit eiskalten Nerven. Ich habe diese Mühle hier bis Mitternacht wieder flott. Aber wenn er das Ding auslöst, wird die Maschine das überstehen können. Die Maschine kann doch fliegen, aber man muss den Druckabfall in so großer Höhe mal erlebt haben, um sich das vorstellen zu können. Setzen Sie sich und halten Sie den Mund! Sie tun mir weh! Sie haben mir weh getan! Sie sind ja hysterisch! Oh, Hilfe! Hilfe! Hilfen Sie mir! Lassen Sie mich los! Nein, hilf Sie mir! Lass mich los! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Aufwand! Aufwand! Seid aufstehen, wo Sie sind! Das Sie vorhaben ist noch keinem bis jetzt gelungen. Sie sterben also vollkommen umsonst, wenn diese Bombe explodiert. Bitte bleiben Sie ruhig! An dramatischer Spannung ist Airport nicht zu übertreffen. Auch die Leistungen des hervorragenden Star-Ensembles machen diesen Film unvergesslich. Wir haben Beschädigung durch Exposition. Ausmaß unbekannt. Airport. Ein Film von brennender Aktualität. Sie verlassen jetzt meinen Bezirk. Gehen Sie auf Cleveland-Zentrale 117,5. Viel Glück! Airport. Wir sind alle verloren. Wir werden alle abstürzen. Wir werden alle abstürzen. Aufwand! Wir haben alle Angst «Amer Township».